Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road2GM. Wenn es euch gefällt, lasst doch gerne eine Bewertung da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Folgen zu verpassen und viel Spaß mit dem Video. Win 10 Games. Das wird nix. Nix. Super, ich hab die Lose schon gefarmt, die wir natürlich auch brauchen für den Battle Pass. Lose 10 Match. Okay. Ja, der Schaden bei Luis. Hallo, ich mag das nicht. Na da! No, 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 no! Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Ja? Bitte schön. Du bekommst mir nicht. Och, man. Mit auf. Na ja. Gut, stopp. Ich bin stolz auf dich. Mit auf. Ey, Merci. Merci, merci, man. Nein. Nein, da ist das Schild, doch keinem. Scheiß, Opfer. Warum tötet ihr ihn denn nicht? Ich werde weg mit dem Deutschen. Wow. Warum? Einfach zwei, drei, drei, krieg ich. Ja, die Healer sind nicht dabei, euch. Ja, ich weiß. Ja, ich merk's. Sag dir Leonard for life. Naja, ich krieg ja schade, ich spür nicht incident Heale beim Arsch, also. Am Arsch? Boah, was zur Hölle war das? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, danke, danke. Was soll ich denn hier spüren? Richtig lustig? Ja, was soll ich denn hier spüren? Richtig lustig. Renn halt nicht in den Gangnam rein. Gangnam Style, was? Ja, ich bin weggerannt. Ja, in den Gang, wo das komplette Gegner-Team ist. Ja, da war keiner, da ist dann der Siegner reingegangen. Doch, da hat die Mail dich geholt. Oh, der Gegner ist weggerannt, ja. Hä, aber da war kein komplettes Gegner-Team, da ist der Sieg dann reingegangen. Und dann hat die Mail geholt. Hä? Ja, ich hab's auch gebraucht. Oh, nice. Horsgott, Junge. Hast du doch gesagt, you are dumb? Haha, ich hab's nicht. 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 You are. What are you doing? Ah, ich hab's nicht gemobbt. Sehr gut. Ui, ich hab's nicht. Jiggle für 6. 4, 3. Die Jiggles rum, wenn man die schlägt. Ui, ui. Ui. GG im Auswort sein, oder? Ne, nur um alles GG. Ich hab' ich unsere Möse noch... Hahaha. Ich hab' die Möse noch fast eingeholt. Ach, Mann. Decker den größten Lob, den man kriegen kann. Was hat der Boden dir getan, Marc? So, ich hab' einen Report, Marc. Hahaha. Na, komm, also... Vielleicht spielt der mit... Ey, oh Gott. Leute, ich hab' sicher, ich hab' noch mal da hin. Oh, leider, leider, Hilfe. Ah! Das ist ja nicht sein Boden. Das ist ja nicht sein Boden. Hahaha. Hahaha. Ah, ja. Genau, hier war's das Highlight. Überragend. Überragend. Ach, schon. Hey, Luca. Ach, Mann. Warte, ich dachte, ich bin schon wieder hier gespawnt. Oh, hey, Luca. Oh, echt? Oh, Mann, Luca, warum? Hallo, Gesang, Luca springt von der Map. Hahaha. Hallo. Sing we now, sing for the year. Sing for the love of the year. Goodbye. Hahaha. Bin ich so hässlich. Oh, Mann. Bratanow. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Knapp als es sein müssen, aber easy win. Hahaha. Das bin nicht ich. Das ist das alte, Marc. Hahaha. Hässlige Marc. Ich finde, das sieht cool aus, der Skin. Ja. Das ist doch. Der Geschmack. Boah, das ist cool, ey. Also Mode ist ja jetzt nur nicht so der Ding. Denn darum geht's bei Skins. Um Real-Life-Mode. Ja, aber ist doch auch Mode. Eier, Mode-Geschmack ist schon... Und ja, dann ist mein Wanderschulier. Das ist ganz cool. Das ist ganz cool. Jungenerat. Fick's mir selber, mach. Fick's mir selber. Fick's mir selber. Fick's mir schnell. Pfff. Also ich finde meine Wanderschule ganz... Wanderschule, Wanderschule ganz... Das ist ja super und ist und praktisch. Das ist so erotisch. Ist es auch. Ey, du kannst nach der Uni wandern gehen und musst deine Schule nicht wechseln. Hahaha. Oh Mann. Aber man nimmt jetzt vielleicht auch keine Wanderschuhe nach Ibiza zum Beispiel mit Leona. Das war zum Beispiel eher nicht so klug. Warum? Bei dem Ringding war es meine Füße relativ nass geblieben. Genau, trocken geblieben. Ja toll, aber... Schön für dich. Der Rest war nass, das ändert auch nix. Ach Leute. Warum hasst der mich immer? Du wärst nicht, ich habe deine Wanderschuhe. Warum hasst du meine Wanderschuhe? Warum hast du dich bewahren vor den Wanderschuhen? Vor deinen Fehlern. Weißt du? Vor deinen Modefehlern. Ich weiß ja nicht. Uns ist es ja egal, aber weißt du, wenn du irgendwann mal in einen Club gehst mit Wanderschuhen und dann... Und so hohen, langgezogenen Socken. Eine kurze Hose. Und dann sieht ihr das und denkt sich so... Und Birkenstocks. Über den Wanderschuhen. Das war unfair. Gold 4, ja. Oh, endlich bin ich platt. Ich glaube ich war davor auch Gold 4. Irgendwie ist es 0 Uhr 2 und ich kriege die Nachricht von Duolingo, das ist halt meine Lektion. Der war ja gar nicht. Der war ja gar nicht. Der war ja so... Der kommt auf diese Oile da mit der Glocke. Der ist nach einem von deinen Französischen. Der ist nach einem von deinen Lektion. Sicher, dass du da... Okay. Ich bin hier. Ey! Das war gemein. Das hätte ein Dreifachkill sein können. Das war ein Dreifachkill. Mit deinem Herzen. Ne, das war einer. Irgendwann später. Was war Ironie? Nein! Hilfe! Ey, die Nachmacherin! Nein! Oh, die kriegt Nano, ich nicht. Wir haben keine... Ja, warum denn ich? Das ist eine Mercy! Weeeee! Und sie rennt in die Dinger-Ult rein. Das ist ein Schottel. Haha, nice! Natürlich! Wollte die im Chat fragen, ob die lieben, damit die Runde schneller vorbei ist. I have an Office of you! You know you lose! Just leave! You know that you lose to drown, guys! Just leave! Don't make it harder for everyone! Don't waste our time! Wenn wir jetzt verlieren, wäre das unangenehm. Das stimmt. Oh, nee! Egal! Shit! Alles klar! Immerhin gewinnen wir jetzt, nachdem wir so... große Klappe gehabt haben. Huiiii! Ja nochmal, ne noch. Shit, ich dachte, der kommt rein. Das Highlight will ich jetzt aber mal sehen. Ja, meistens der Mensch. Und wenn ich jetzt nicht Highlight bin, bei einem Fünffach-Kill, dann weiß ich aber auch nicht. Aha! Oh, ein Hanso Highlight ist das rausgehen. Viel. Mhm. Mhm. Oh, okay, das ist gut, das ist nice. Oh, okay, das war krass. Ja. Ja. Hast du auch schon gemacht. Ich hab ihn eingeringt, Leute. Ich hab ihn eingeringt, ich hab ihn eingeringt. Ich bin Support-Silver-Fund. Oh, Lele, kommst du immer aus Silber raus? Der Lele spielt jetzt immer Tank, der Multi-Pass. Ach stimmt, ja. Ja, Lele, du musst halt eins mal durchziehen. I forgot. Ich hab ihn mit, wie es so nah da geht. Gerhard? Das Campache. Hfen?